Wie das siedelt und brodelt. Es wird einem ganz warm dabei. Aber dann ziehen Sie sich doch die Jacke aus, Herr Winzig. Ja, aber gern, natürlich. Ich glaube, jetzt ist der Kaffee auch fertig. Bei Ihnen ist was verrutscht. Die Brust muss man immer warm halten. Jawohl, sonst kriegt man Asthma, Räume oder Husten. Meine Mutter sagte immer, Wärme, Mäßigkeit und Ruhe schließt dem Arzt die Türe zu. Ach, keine Wacke. Die Tür ist abgeschlossen.